Unfruchtbare Träumer heißt sowas ähnliches wie Fovies Oneiropoloi, aber er korrigiert in Unfruchtbare Träumer, Asthma Oneira, Traumdeuter, Unfruchtbare Traumdeuter heißt so Aposto, 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 Steyromenoe, Diermineis Oneiru. Ne, das ist nicht interessant. Traumdeutung, Unfruchtbare Traumdeutung. Steyra Erminea Oneiru. Ich spreche das sowieso nicht richtig griechisch aus. Unfruchtbare Traumdeutung. Aposto, 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 Aposto. Ich meine natürlich eigentlich furchtlose, Unfruchtbare ist eigentlich furchtlose. Atromiti Erminea Oneiru. Traumdeuter. Furchtlose Traumdeuter. Allovoi Die, Terminais Oneiru. Unairu. Unairon. Unairon. Das ist alles zu kompliziert, furchtlose Träume, Atovoi, Unairopoloi, das geht noch am ersten. Unairopoloi, im Zusammenhang mit, wie hat es geheißen, die ehrfürchtigen, die ehrfreunde oder so, Philo Timoi. Mal schauen, was das gibt, Quatsch, das heißt Philo Timoi, muss ich doch herausfinden.